Sennebogen Sennebogen ist der Fullliner im Hafen und baut Umschlagmaschinen und Hafenkrane mit bis zu 420 Tonnen Einsatzgewicht und das seit mehr als 69 Jahren. Etwas Großes rollt nun auf uns zu, denn Sennebogen erweitert die Hybrid-Serie um den neuen 90-Tonner, den 865 E-Hybrid für Feeder- und Handysize-Schiffe. Mit einer Umschlagleistung zwischen 600 und 850 Tonnen pro Stunde und bis zu 25 Metern Ausrüstungslänge setzt er ab sofort neue Maßstäbe im Hafen. Und dank seinem bewährten und robusten Design ist er gleichermaßen geschaffen für vielfältige Einsätze im Schrott und in den Stahlwerken weltweit. Für den Anwender entwickelt, lässt er sich angenehm steuern und bietet enormes Einsparungspotenzial mit Sennebogens einzigartiger Rekuperationstechnik, Green Hybrid. Thomas nimmt sie nun auf einen kleinen Rundgang mit. Für uns hat die Sicherheit der Bediener oberste Priorität. Beim täglichen Maschinencheck des 865 E-Hybrid erreicht man den Oberwagen ganz einfach über eine Kombination aus Aufstiegen, Handläufen und Geländern. Die Hauptkomponenten des Energierückgewinnungssystems befinden sich wie gewohnt im abgesicherten Heckbereich der Maschine. Und mit diesen Heizmatten wird das Hybrid-System selbst am Polarkreis schnell auf Betriebstemperatur gebracht. Im Einsatz unter widrigsten Bedingungen in den Häfen dieser Welt müssen alle Maschinenkomponenten gegen Wind und Wetter geschützt sein. Darauf ist auch der hochwertige Stahlbau vorbereitet. Eine spezielle, mehr als 240 Mikrometer dicke Lackschicht schützt den Stahl vor salzwasserbedingter Korrosion. Großmaschinen wie der 865 E-Hybrid brauchen Kameraunterstützung, um den toten Winkel auszugleichen. Ein Monitor in der Kabine überträgt das Bild der Kameras am Heck, der rechten Maschinenseite sowie optional am Stiel, um den Ladebereich in Schiffen zu überwachen. Insbesondere nachts sorgt das leistungsstarke LED-Lichtpaket an der Kabine, am Oberwagen und der Ausrüstung für beste Sichtverhältnisse. Auch in der flexibel verstellbaren Kabine findet man im Falle eines unerwarteten Motorstillstandes einen Notablass, um bequem und sicher aussteigen zu können. Mit der umlaufenden Galerie am Oberwagen erreichen Sie alle Maschinenkomponenten und servicerelevanten Punkte. Und dank der optionalen Einzelbetätigung der Pratzen ist es möglich, selbst kleinste Unebenheiten des Bodens auszugleichen. Für ein Maximum an Standsicherheit. Bewährte Rekuperationstechnik trifft im Falle des 865 e-Hybrid auf ein durchdachtes Maschinendesign für noch mehr Effizienz. Das Green Hybrid System zur Energierückgewinnung ist in vielerlei Hinsicht einzigartig am Markt. Wartungsfrei. Eine nahezu konstante Kraftübertragung über den gesamten Zylinderweg und bis zu 50% Energieeinsparung. Besonders im Hafen, bei tiefen Auslegerbewegungen, ist diese Technologie von Vorteil. Durch das Zusammenspiel von Hydrauliköl und Gaskompression kann man durch die Senkbewegung viel Energie zwischenspeichern, die beim nächsten Hub wieder vollständig zur Verfügung steht. Auf das große Ganze kommt es jedoch an. Eine geradlinige Schlauchführung, großdimensionierte Schläuche und Ventile, bedarfsgerechte, temperaturgeregelte Kühlkomponenten und die neueste, spritsparende Motorentechnologie sorgen zusammen für einen hohen Wirkungsgrad und garantieren einen umweltfreundlichen Betrieb. Wir stehen mit den Anwendern kontinuierlich im Austausch für die perfekte Konfiguration des Arbeitsplatzes. Die Ergonomie kommt in Sennebogens Maxcap Premium-Kabine natürlich nicht zu kurz. Ein luftgefädelter Sitz gleicht optimal Arbeitsbewegungen der Maschine aus und lässt sich individuell auf den Fahrer anpassen. Die Komfortarmlehnen mit besonders breiter Auflagefläche lassen sich einfach justieren, damit sie ermüdungsfrei arbeiten. Keep it simple lautet unsere Devise und meint den Einsatz von zuverlässiger und sinnvoller Technik, die den Alltag leichter macht. Wir setzen auf Hydraulik und Elektrik, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt. Und mit nur wenigen Handgriffen setzen sie ihrer Maschine selbst in Stand. Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Einfaches Feedback zum Status quo ihrer Maschine und kostengünstige Bauteile sorgen für eine dauerhaft hohe Maschinenverfügbarkeit. Und mit nur wenigen Klicks behalten Sie den Überblick über Ihren gesamten Fuhrpark mit Echtzeitdaten Ihrer Maschinen im ZenTrack-Portal. Dich, ich halte mich noch mit einem in den ganzen advancingen Umicus-K running them tamös. Und mit nur wenigenаньchen sehen Sie das schon recht. Dich, ich halte mich noch mal. Ich halte mich noch ein bisschen im Kopf, ich halte mich, weil ich sage meinler, Und ich lese mich noch ein bisschen zuverlässig weighted,